DRS ist ein System, was in der Formel 1 und in der DTM ist. Ich glaube auch in der Formel 2 sogar. Das erlaubt dem Fahrer, wenn er in einem bestimmten Zeitfenster ist, zu seinem Konkurrenten vor sich den Klappflügel zu öffnen. Das heißt quasi dann mehr Luft geht durch, weniger Luftwiderstand, das Autofeldsteller und dann seid gedacht dafür, um beim Überholen zu helfen.